Hallo liebe Mansailer, ich wollte mich mal melden. Ich habe gedacht, es ist ganz nett, wenn wir uns mal sehen oder ihr nicht zumindest. Ja, Hunde sind schon wieder weg. Mir geht es soweit gut. Ich bin hier auf dem Hundeplatz und wollte euch ein bisschen erklären, was so abgeht hier. Am Hundeplatz nicht viel, aber wir hatten gestern unser erstes Meeting mit dem Andi von Mental International. Es waren 20 Instruktoren in diesem virtuellen Klassenzimmer und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden da weiter und in Kontakt bleiben mit ihm und den anderen. Also hat diese ganze Zeit jetzt auch was Gutes. Die Instruktoren rücken näher zusammen. Wir tauschen uns aus und werden da sicher auch in Zukunft viele Vorteile daraus haben. Ja, wir haben uns ausgetauscht mit verschiedenen Ländern. Es ist wirklich Fakt so, dass auch die Einsatztrailer momentan alle nicht trainieren. Die Grenzen sind zu überall. Nach Luxemburg, in die Schweiz, nach Österreich. Also man kommt nirgends rein. Somit können auch die grenznah trainieren nicht zu den Trainingscenter kommen. Aber wir werden uns eben gegenseitig austauschen und davon profitieren und es euch nach der ganzen Zeit dann weitergeben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Meldet euch mal. Wäre nett, vielleicht mag der ein oder andere auch mal kurz was schreiben, was er so treibt, damit wir wenigstens ein bisschen Kontakt zueinander haben. Ich freue mich auf euch wieder, wenn ihr wieder da seid. Tschüss!